So Leute, wir brauchen wieder mal ein nächstes Video für unseren Kanal, deswegen glaube ich die Besten der Besten heute zu diesem Meeting einberufen. Ich hoffe, es habt euch etwas überlegt, ich gehe mal die Anwesendensliste durch, ob ihr alle da seid. Herbert Heisel. Anwesend. Prost. Willi Wilson. Bin da. Ist da. Tierfänger Rukas. Na, tut euch. Alles klar. Lu, tut euch, ki, MC. Ja, Mann. Was ist denn das für ein Depo da machen? Ja, aber Heisel ist besser, oder was? Ich gebe dir gleich, oder was? Ruhe ist. So, wir nehmen mal noch Luke und Winem vom letzten Video. Grüß euch. Hey. Sehr gut. So, dann fangen wir gleich mal an. Hat irgendwer eine Idee, was man als nächstes Video machen konnte? Äh, darf ich kurz was sagen? Bitte. Na ja, wir waren jetzt schon beim letzten Video dabei. Hat das jetzt einen Sinn, wenn wir beim nächsten auch wieder dabei sind? Hat, glaube ich, keinen Sinn. Na ja, stimmt eigentlich. Ich glaube, es habt euch einen Beitrag einmal erfüllt. Ja, dann können wir aber eigentlich gehen, oder? Essen. Ja, gehen wir essen. Passt, dann geht's essen. Ja, passt. Na dann, Mahlzeit, gell? Mahlzeit. Hühnchen. Es gibt Gönnchen. Gut, wo waren wir jetzt? Du, wegen einem neuen Video, Arrat. Ah ja, also, ich bitte um Vorschläge. Ja, Alter, wie wäre es, wenn wir wieder mal eine Gießkanne pippen würden? Das wäre voll nice. Ja, warum willst du eine Gießkanne pippen? Ja, weil Gießkanne sind der neuste Shit, Alter. Ich glaube, du bist ein bisschen in die 22er hängen geblieben, oder? Ja, und ich glaube, du, Alter, mit deinen Haaren bist in den 60ern hängen geblieben, kann das sein. Der war gut. Hatte jemand dir Aussagen genommen, und ich vertschiere dich zurück in die 60er. Männer, wir sind nicht da, dass ihr euch gegenseitig die Scheren einschlägt. Beruhigt euch. Ja, Alter, aber ihr habt angefangen, Alter. Ich will nix mehr hören. Das mit der Gießkanne, ich hab mir schon mal gehabt. Ich will was Neues. Hallo, seid ihr anwesend? Du hast gerade gesagt, du willst nix mehr hören. Ja, erst, von euren Streitereien will ich nix mehr hören. Also bitte, Ideen, Ideen, Ideen. Na, wir können uns noch so ein Reportage machen, mit so einem gewöhnlichen Verhältnissen, oder? Wenn es in der ganzen Haus nicht mehr verhältnissen ist, nur noch ein paar Jahrzehnte. Und das war noch ein bisschen lustig. Ja, ich habe nichts verstanden. Ja, aber wirklich, das ist halt einfach auch wieder eins zu eins dasselbe, wie wir es beim letzten Mal schon gehabt haben. Hä? Was? Alter, voll im Kreativ überlegt, irgendwas Originelles, Alter. Also, ich finde die Idee super. Möchtet einmal, ganz kurz. Ihr versteht, was du redet? Ja, sicher, Alter, normal. Hast du die Untertitel drunter stehen, Alter? Was heißt? Nein, ich habe nix gesehen. Sag dir mal was. Tschöne mir deine Kupia, wir gelandet euch. Nein, ich sehe doch nix. Ja, Pro, wahrscheinlich hast du die Untertitel ausgeschalten, Alter. Was hast du ausgeschalten? Männer. Ja, jetzt werde ich dann schon langsam aber auch ein bisschen krankig. Alter, chill einmal ein bisschen, Alter. Loh, ratz mich nicht. Herbert, gib mir du was. Irgendwas, bitte. Doch. Ich will kein Bier, ich will eine Idee. Eine Sau, man sagt das gleich. Entschuldigung. Jetzt nicht, Willi. Herbert, bitte. Ja, wir haben ja doch zu einer neuen Gefolgen. Ich habe es heute, oder? Ja, okay. Und was genau willst du machen? Na ja, wir haben ja vielleicht so ein paar positive Informationen. Und dann vielleicht nur so ein Interview oder sowas. Lern, ich sollte mir jetzt jeder von euch hoher genau dieselben Ideen vorgeschlagen, wie wir es schon einmal irgendwie gehabt haben. Habt ihr euch nichts Neues überlegt? Äh... Herr Willi, was ist los mit euch? Ich habe euch nicht erschaffen, dass ich es den ganzen Tag nur Darm draht. Darf ich jetzt was sagen? Was ist, Willi? Ich hätte eine Idee für ein Video. Bitte. Wir konnten ja im zweiten Teil von Wunder und Wein fertig machen. Ja, also machen wir mal schon jetzt, oder was? Wir konnten ja im zweiten Teil von Wunder und Wein fertig machen. Wir konnten ja im zweiten Teil von Wunder und Wein fertig machen. Wir konnten ja im zweiten Teil von Wunder. Wir konnten ja im zweiten Teil von Wunder. Untertitelung des ZDF, 2020